Grüezi miteinander! Der Erste Weltkrieg in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts veränderte Europa für immer. Aus den Wirren dieses Krieges entstanden die ersten Demokratien auf deutschem und österreichischem Boden. Die Schweiz erlebte so eine territoriale oder staatspolitische Revolution nach dem Ersten Weltkrieg nicht. Der Sturz unserer alten Ordnung fand wesentlich früher statt. Was die Schweiz am Ende des Ersten Weltkriegs erlebte, kann aber trotzdem als revolutionär bezeichnet werden. Wir sehen uns in diesem Beitrag die schwerste Krise des Schweizer Bundesstaates an, den Landesstreik von 1918. Die entbehrungsreiche Zeit während des Ersten Weltkriegs hat auch die Schweiz, wenn auch nicht aktive Kriegspartei, schwer getroffen. In den Kriegsjahren wuchs die soziale und wirtschaftliche Kluft in unserem Land. Auf der einen Seite gab es einen kleinen Teil an Unternehmern, die riesige Kriegsgewinne einfuhren, und eine Bauernschaft, die sich an einer lange nicht mehr gekannten Konjunktur erfreuten. Auf der anderen Seite hatten wir eine immer stärker von Armut und Elend betroffene Arbeiterschaft. Der Schweizer Arbeiterschaft entging aber nicht, welche Bedeutung sie gerade in Kriegszeiten erlangte. Arbeiterorganisationen, die für ihre Anliegen bei Behörden nur wenig Gehör fanden, fassten die Arbeitsniederlegung als politisches Druckmittel vermehrt ins Auge. Streiks oder nur schon Streikandrohungen nahmen ab 1917 stark zu. Als gegen Ende 1917 bekannt wurde, dass der Bundesrat eine allgemeine Arbeitsdienstpflicht einführen wollte, gründeten die Sozialdemokraten und der Schweizerische Gewerkschaftsbund im Frühjahr 1918 das Oltener Aktionskomitee, das OAK. Dieses Aktionskomitee entwickelte sich schnell zu einer Art Exekutive der Arbeiterbewegung und erreichte beispielsweise mit glaubwürdigen Streikandrohungen in den Folgemonaten bedeutende Verbesserungen der Nahrungsmittelversorgung. Als im November 1918 die Bankangestellten streikten und sich in Zürich lokal zu einem Generalstreik formierten, reagierte der Bund militärisch. Zürich und Bern wurden militärisch besetzt, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Das Oltener Aktionskomitee rief deshalb für den 9. November zum eintägigen Proteststreik auf. In Zürich löste die Armee am 10. November eine Demonstration auf, wobei ein Soldat erschossen wurde. Daraufhin rief das OAK für den 12. November den unbefristeten Generalstreik aus. Diesem Streikaufruf folgten eine Viertelmillion Arbeiterinnen und Arbeiter. Um sich ein wenig der Dimension bewusst zu werden, zu jener Zeit lebten in der Schweiz knapp 3,9 Millionen Menschen. Dem Streikaufruf lagen neun Minimalforderungen zugrunde. Sofortige Neuwahl des Nationalrates auf Grundlage des Proporzes, das aktive und passive Frauenwahlrecht, die 48-Stunden-Woche, eine Alters- und Invalidenversicherung oder eine Vermögenssteuer zum Abbau der Staatsverschuldung. Der Bundesrat forderte ultimativ den Streikabbruch. Insgesamt wurden fast 100.000 Soldaten aufgeboten, um die Demonstrationen aufzulösen, die Streiks aufzubrechen. Das Oltener Aktionskomitee befürchtete eine zusätzliche Eskalation und bürgerkriegsähnliche Zustände. In der Nacht vom 13. auf den 14. November beschloss es daher, den Jahrhundertstreik abzubrechen. Am letzten Streiktag, dem 14. November 1918, erschoss das Militär in Grenchen im Kanton Solothurn drei junge Uhrenarbeiter. War also alles umsonst? Dem Anschein nach schon. Zunächst wurde der Streikabbruch als Niederlage der Arbeiterbewegung empfunden. Die Militärjustiz leitete über 3.500 Verfahren ein. Es gab 147 Verurteilungen. Die wichtigsten Streikführer erhielten Haftstrafen. Mittel- und langfristig zeigte dieser Landesstreik diese Machtdemonstration der Arbeiterschaft aber Wirkung. Bereits kurze Zeit später kam es zu einer starken Beschleunigung sozialer Reformen und zu politischen Veränderungen. Erst einmal die Forderung nach der Wahl des Nationalrates nach Proporz, also Verhältniswahlrecht. Bis und mit 1917 wurde der Nationalrat nach Mehrheitsprinzip gewählt. Die Schweiz war in Wahlkreise unterteilt und die Kandidaten auf den vordersten Plätzen in diesen Wahlkreisen erhielten die jeweiligen Sitze. Davon profitierten logischerweise grosse und bereits etablierte Parteien wie der Schweizer Freisin oder die katholisch-konservativen. Das verzerrte den Wählerwillen massiv. Die SP errang 1917 knapp 30% aller Stimmen, aber erhielt aufgrund des Mehrheitsprinzips in den Wahlkreisen halb so viele Sitze wie die katholisch-konservativen, die nur etwas mehr als 16% der Stimmen auf sich vereinten. Und der Schweizer Freisin erhielt mit 41% eine Mehrheit der Sitze im Parlament. Der Wählerwille war mit diesem Mehrheitswahlrecht nicht einmal ansatzweise abgebildet. Als 1919 die ersten Nationalratswahlen nach dem Prinzip des Proporzes stattfanden, so wie es das Olterner Aktionskomitee forderte, erlebte die politische Schweiz eine kleine Revolution. Die Sitze wurden nun fairer auf die Parteien verteilt und die SP verdoppelte sich. Die Vorgängerpartei der SVP konnte ebenfalls massiv dazugewinnen, die katholisch-konservativen blieben stabil und der Schweizer Freisin verlor seine Mehrheit. Sie stellten 1919 nur noch 61 Nationalräte, also knapp ein Drittel aller Räte, die ihnen mit ungefähr 29% der Stimmen mathematisch korrekt zustanden. Von 1918 bis 1920 setzte sich eine weitere wichtige Forderung des Landestreiks durch. Die 48-Stunden-Woche. Sozialpartnerschaftliche Beziehungen wurden aufgebaut, Arbeiterbewegungen und Gewerkschaften in die politische Entscheidungsfindung mit einbezogen. Auch die schweren Wirtschaftskrisen in den Zwischenkriegsjahren und das Wiedererstarken des Bürgerblocks führten nicht zu sozialen Kahlschlägen. Die Erfahrungen aus dem Landestreik hielten auch Bürgerliche dazu an, soziale Reformen zu unterstützen, um eine erneute Zuspitzung wie im November 1918 zu vermeiden. Vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte die Regierung mit ihrer Politik, kriegsbedingte soziale Notlagen und Konflikte zu verhindern. Gesamtarbeitsverträge und Arbeitsfrieden, also der Wille, Konflikte zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen am Verhandlungstisch zu bereinigen, sind auch späte Früchte des Landestreiks. Auch die obligatorische Rentenversicherung, die AHV, wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg Realität. Die verfassungsrechtliche Grundlage war bereits seit 1925 verankert. Die Invalidenversicherung folgte 1960. Die Forderung, auf die vor allem die geistigen Töchter des alten Aktionskomitees lange warteten, war das Frauenwahl- und Stimmrecht, auf Bundesebene bis 1971. Rückblickend ist dieser Landestreik faszinierend. Einerseits das Übernehmen von Verantwortung des alten Aktionskomitees, eine militärische Niederschlagung des Streiks zu verhindern, indem man eine Entscheidung traf, für die man zu jenem Zeitpunkt als Verlierer betrachtet wurde. Andererseits die Regierung, die, wohl auch aus Angst vor weiteren Zuspitzungen, in den folgenden Jahren und Jahrzehnten soziale und politische Reformen Schritt für Schritt durchführten. Auf beiden Seiten herrschte wohl die Überzeugung, auf die Brechstange zukünftig verzichten zu wollen, auch wenn das bedeutet, Kompromisse einzugehen, mit denen man selbst nicht zu 100% einverstanden ist, mit denen aber alle wenigstens leben können. So ist diese schwerste politische Krise des Schweizer Bundesstaates auch ein Sinnbild für die Schweiz an sich. Wir streiten und schimpfen mit und aufeinander. Und am Ende kommen wir doch immer wieder zusammen und finden hoffentlich einen gangbaren Weg für alle. Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zuhören und bis zum nächsten Mal.